Jo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars mit Big Mac. Ja hi, Roffel. Ach ne, hier heißt du Dead Sheep. Ja, genau. Ach, hier heiße ich Dead Sheep, lol. Wo sind die Steine? Ach, da oben. Okay. Warum kommen hier nicht noch mehr Steine? Nur hier. Ist sehr spontan gerade alles, deswegen. Ich habe noch keinen Stein. Noch keinen. Ich habe schon einen Stein. Kann man die nicht zusammencraften hier? Ach, spring mal. Vielleicht kriegst du dann mehr. Ah, ist gut, ist gut. Ne, hier kannst du nichts craften. Hast du schon mal Bad Wars gespielt? Ich glaube nicht. Ja, ist okay. Ja, wir müssen uns dann rüberbauen und deren Bett kaputt machen, ne? Genau, und uns aber selber beschützen. Und in der Mitte ist Gold. Und damit kannst du dann bessere Sachen machen, wie zum Beispiel einen Bogen. Und was mache ich mit diesen Bronzebachen? Damit kannst du so in den Dorfbewohner gehen und dir Rüstung machen und anderen kramen. Ah, okay. Lohnt sich statt denn hier überhaupt eine Rüstung zu machen? Ja, ne? Ja. Doch, ja. Und das ist eine gute Idee. Teamplay, das ist doch gut. Kettenbrust. Voll die Üble, ey. So, jetzt nochmal hier Stein. Boah, ich habe gar nicht. Die sind schon ganz weit. Ja? Ist nicht gut. Ja, die sind schon sehr in der Mitte. Sehr nah dran. So, ich habe mir erst mal den. Und mit beiden Steinen komme ich nicht weit. Ich habe mir erst mal den Knockback-Knüppel gekauft. Ich muss jetzt mal gucken, was hier alles gibt, ey. Okay. Oh, dafür brauche ich Gold. Das ist natürlich schlecht für den Bogen. Wo kriege ich meine Art her? Den Bogen? Ja. Bei Waffen. Ja, das ist mir auch klar. Aber wo kriege ich Gold her dafür? In der Mitte, habe ich ja gesagt. Ah, okay. In der Mitte. Da, wo wir uns gerade hinbauen müssen. Ich muss erst mal klarkommen da drauf hier. Also, ich brauche eine Pickaxe. Brauche ich den noch? Ne, erst mal nix sonst. Knockback-Stab habe ich. Ja, das ist schon mal gut. Guck mal, da vorne ist einer. Das ist bestimmt, das ist bestimmt einer von uns. Wenn ich runterfalle, bin ich dann sofort tot? Oh, ich habe schon ein Gold. Oder es bau nicht wieder? Ja. Ja, du bau uns wieder. Aber wenn das Bett weg ist, dann gehst du raus. Ja, okay. Oh, vielleicht hätte ich mir Essen machen sollen. Essen. Ja, Essen wäre geil, ne? Da ist schon jemand auf der Insel. Da ist schon blau auf der Insel. Ist er schon. Dann gibt es auch Fresse jetzt. Ja. Aber nicht, dass er uns dann davon rennt und unser Bett kaputt macht. Naja. Ich passe mal hier so ein bisschen auf an dem Steg. So. Ja, ja. Okay. Also, ein Gold habe ich, ja? Hier können wir jetzt schon was abbauen, oder? Irgendwo? Ne, abbauen können wir nichts. Aber wir müssen immer aufpassen, dass da keine Leute kommen und unser Bett kaputt machen oder ähnliches. Ja, ich meine das Gold. Wo hast denn jetzt das Gold her? Ja. Eigentlich in der, ach hier, in der Mitte spawns. Ich habe jetzt schon drei. Ah. Ein Bogen kostet drei. Da brauchen wir noch einen Pfeil. Der hat eine Unendlichkeit. Hat der denn Infinity drauf, oder was? Genau. Ah. Den laufe ich auch gleich sofort zurück, damit wir safe sind. Okay, gelb stimmt schon die andere Base. Dann lass doch jetzt die gelbe Base stürmen. Wir sind gelb. Ach so. Okay. LOL. Stimmt ja. Wer ist halt denn? Ja. Ich habe den gegeben. Held mit, hält mit. Ja, ich komme. So, okay. Ein Blau hat, glaube ich, ein Bogen. Das ist noch einer. Zwei Stück noch. Oh, der hat mich getötet. Ja, dann müsst ihr in der Base wieder. Ich laufe mal zurück. Ach, dann sind die Sachen sogar weg. Okay. Ja, genau. Das ist das Problem. LOL. Die schießen gerade nach mir und ich kann nicht mehr finden. Das ist das Problem. Sind die hinter mir? Dad? Ähm, also soweit ich sehen kann, nicht. Du hast die Ränder, das sind doch ganz runter. So weit ich sehen kann, nicht. Nee, ja, nee. So extrem ist es nicht, aber. Okay. Dann mache ich wohl mal erst mal Essen. So. So, ich brauche ja auch wieder Rüstung, nicht? Sollten das Bett gleich mal einbauen. So, jetzt einen Bogen machen. Zack. Ein Gold kann ich in die Kiste tun. So, ach, jetzt sind schon zwei Gold drin. Nett. So groß ist das Bett eigentlich. Ich habe übrigens voll viel Bronze, also. Ist aber nett. Du kannst auch Schafe machen, die explodieren. Ja? Die laufen dann so rum. Okay. Die sind auch so ein bisschen Otto geworden. Aber nur so ein bisschen. Ja, wo ist das Bett? Ist das hier oben? So, wir kriegen jetzt hier die Pfeile her. Sind die auch beim Bogen bei? Ja, ne? Ja. Ah, ein Gold. Hast du noch ein Gold? Nee, ich habe alles in die Kiste getan. Ah, ich nehme mir mal eins da raus. Den Rest von meinem Kram schmeiße ich mal da rein. Sotale. Gib mir den Pfeil. So. So. Jetzt schmeiße ich das noch alles rein. Was ist das denn? Ah, okay. Ein Gegner ist schon tot, heißt das, ne? Aber nur das Bett. Das Bett. Ja, ja, gut. Und, ach so. Und dann können die aber nicht mehr spawnen, wenn die dann tot sind, ne? Okay, alles klar. Ich habe gerade mal zwei Gold eingesammelt. Jetzt sind zwei Gold in der Kiste. Ja. Jetzt mache ich mir noch, äh, ein Schwert. So. Ein besseres. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich hätte voll den krassen Ping, so, ey. Und noch die Blästor. Die kommen, die blauen. Das ist kein Problem. Beide stehen hier mit Pfeil und Bogen, ey. Komm, das schaffen wir. Ich habe getroffen einmal. Das ist weiter. Ja. Jawoll. High five. Kommt einmal zu Gegnern hier. Virtuelles high five. Oh, guck mal, guck mal, der ist da hinten. Guck mal, jetzt hier. Oh, ich habe gerade dich getroffen. Er ist selber, er ist selber da runtergefallen. Und, schaffe ich das? Schaffe ich das? Oh, immer ganz knapp. Hallo, das darf doch nicht wahr sein. Ich gehe mal hier hoch. Bisschen campen. Ja, komm, komm, komm. Ich habe ihn getroffen. Ja. Oh, mein Ping ist gerade ja... Hä? Der ist eigentlich gut, aber es leckt trotzdem. Ja, also beim Pfeileschießen, ne? Habe ich auch gemerkt. Ja, oder der hat den Schaden bekommen, aber ist erst zwei Sekunden später runtergefallen. Der Blaue kommt hier um den Steg. Genau, lenke ihn mal ab und schieße ihn runter. Jawoll. Machen wir den ja auch noch. Der ist auch weg. Jawoll. Können wir jetzt durchrennen und dann schnell das Bett kaputt machen? Das war grün, glaube ich. Grün sind noch Leute. Ne, das ist doch blau da hinten, oder? Nicht? Oh, 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 oh. Was denn? Hilfe, pet, pet. Ja? Ich habe Angst, ich habe Angst. Was ist denn da? Ich komme hier gerade nicht weg. Ich habe keinen Block, um den hier reinzubauen. Woran sieht man den? Ob das hier grün war, oder was? Das war so ein bisschen blöd. Ich habe nur geschossen. Ich, äh, wenn ich gewechselt hätte... Oh, guck mal da. ...wahrscheinlich auch nicht geschafft. So. Haben wir noch ein bisschen Gold hier drin? Ja, drei. Okay, das ist okay. Noch mal hier ein bisschen Rüstung, noch ein bisschen Steine. Ach, tot. Scheiße, ey. Naja, gut. Das kann sehr schnell immer wechseln. Man denkt so, und man führt, und auf einmal bist du tot, und dann bist du wieder ganz am Anfang. Ja, schon so eine Scheiße, ey. Krass. Mega frustrierender Motti, ja. Mann, immer schmeiße ich meine Sachen da rein, ich Idiot, ey. Ja, das passiert auch. So. Hier stecken noch überall Pfeile drin, ey. So. Es kommt aber viel, ne? So langsam. Ja, ich glaube, es wird auch während der Zeit mehr, kommt mir so vor. Dein Ernst, Alter? Was denn? Was hat der denn? Das weiß ich auch nicht, vielleicht ist er mein Auto geworden. So. Ähm. Okay, jetzt bauen sie ihm die Blöcke darunter ab. Die ist eh denn drauf, ey. Ja, es kommt ja auch keiner, zum Glück, ne? Ich komm mal mit. Ich hab einfach einen Knockback-Knüppel, und ich komm mal mit. Genau. Versuch mal blau. Obwohl, ja, die sind schon da. Ich baue doch nur ein Haus. Äh, lol. Lol, ich hab mich getötet. Was? Okay. Ja, so, ziemlich überraschend. So. Oh, warte mal, das ist, äh. Nein! Ich hab mich nicht gekillt. Ne, ich hab ihn leider nicht getötet. Ich weiß ja gar nichts mehr hier, ey. Muss ich ja mal hier oben was aufheben. Oh, oh, es ist grad so ein bisschen knapp, aber ich bleib bei meiner Ruhe selbst. Ich hab grad keinen Bogen und so, das ist ein bisschen doof. Ja. Ja. Das kann sein. Das ist sehr doof. So, ist das rot oder grün? Ich weiß es nicht. Es ist... Bist du auch rot-grün-fehlsichtig, ja? Ne, ne. So behindert bin ich auch nicht. Also links ist blau. Und ich glaub, da wo du bist, ist... Ne, bist du da rechts? Ne. Ja, jetzt töstet er mich hier ganz einfach. Kann ich natürlich nicht viel machen. Aber der ist grad auf dem Weg zu uns nach Hause. Oh. Mann, schieß doch mal. Ja genau, spring einfach runter. Okay, das bringt mir grad gar nichts. Ich komm hier nicht durch. Ich schieß die ganze Zeit eine nach dem anderen ab, aber... So ganz alleine ist das blöd so. Geh mir doch mal... Machen wir mal... Steh mir mal so'n Block da vorne hin, da ich da hoch kann. Ich will den jetzt da runter schlagen. Bist du hinter mir? Ne. Ach ne, du bist... Du bist ja weg. Alles klar. Komm, wie er sich hier hinbaut, der Schwanz. Jawoll! Hab ihn runtergeschlagen hier, den Penner. Nein! Upsala! Das war ja fast, äh... Knapp. Ach, ne, ich geh zurück. Wo krieg ich denn die Blöcke her? Auch hier von dem Sammelteil, ne? Auch von dem Villager, ne? Okay. Nein! Upsala! Das war ja blöd. Das ist echt so ein Hin und Her. Ach, äh, ist der schon bei uns? Ja. Ach, lol! Nein! Jawoll! Ja, perfekt. Ah! Das war schon... Pulser 580, du. So. Ist halt mit dem Schwert sofort weg, das Bett, oder was? Ja, ne. Aber, ähm, geh gar nicht in den Schwitzergarten. Ja. Ja, gut. Ja. Oh. Ich will hier durch! Jetzt kämpfen die da hin, oder? Können einfach mit dem Stock hinrennen und einfach weghauen. Oder den Schwitzergarten müssen auch noch mitnehmen. Ja, das wäre ne Idee. So, dann noch, äh, paar Steine. Ich komme hinterher. Zweit schaffen wir es vielleicht. Welches Team nehmen wir denn? Nehmen wir, ähm, blau. Weil blau grad zurückrennt. Ja, rennen wir zurück? Das ist ein guter Grund. Aber einer ist in der Mitte. Wenn wir einfach um den herumrennen, dann könnte es funktionieren. Und den schaden wir mit dem Stock einfach runter. Ah! Oder auch nicht. Ja, gut, ich hatte eh, eh, noch, äh, kaum noch, äh, noch Hells, so. Ja, ist er runtergefallen dann? Ja, den hab ich geschafft. Sehr gut. Und der eine Kaffel grad, wenn ich ganz, 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 ganz schnell bin, was ich grad nicht bin, weil der Bogen hat. Ja. Das könnt ich, das könnt ich schaffen. Nein, 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 nein. Drei leben noch. So, ich komm einfach mal nur mit dem Knüppel. Bei mir ist alles verschwendet. Nein, ich bin runtergefallen. Boah. Nein, komm, 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 komm. Nein! Ich, ich wollte jetzt eigentlich da runterspringen und ihn runterschlagen. Ja! Ja, hast du ihn gekillt? Ja, ich bin auch tot, aber egal. Bett ist weg. Einfach durch die Base gerannt. Von wem denn? Blau. Ah. Und einer ist grad sogar gestorben. Das ist gut. Also am Ende nur drei Leute. Das ist gut so. Kennst du auch Cartman? Nee. Ihr habt Cartman? Ja, doch, kenn ich, aber... Verdammter Ficky, Ficky, Ficky. Ich hab das immer nur auf Englisch geguckt. Und das klingt ja nicht so? Nee, das ist ja ein bisschen anders. Aber ist schon relativ nah dran, sag ich mal. Ja, was? Ein bisschen noch. Ein bisschen noch, ja. Okay. Steine. Oh. Ja, bei Revi hatte letztens so eine Folge, also das Ultratalent. Kennst du das? Nee. Okay, aber da ist er im TS und da sind immer welche Leute, die irgendwas können oder nicht können. In manchen Fällen. Ja. Dann war einer, der hat, ähm, ne Stimmen mitgemacht und dann als Erich Cartman den irischen Sehensgruß gesungen. Das war so voll legendär. Okay. Das kenn ich nicht. Irgendwas sowas. So richtig schräg, schlimm, aber dafür auch wieder irgendwie gut. Das war schon nett. Wer hat jetzt eigentlich noch ein Bett? Nur noch die blauen Aus? Das siehst du rechts. Ja. Ja. So. Was war das gerade für ein Piepen? Für ein Piepen? Das weiß ich nicht. Hast du Tinnitus? Nee. Rot-Grün-Schwäche reicht schon, ne? Oh, achso. Äh, eventuell... Oh, da... Rot ist in der Mitte. Wir könnten zu Rot laufen. Ich hab gerade einen Blauen weggeschlagen. Ich kam nur so ganz schlecht an und hab ihm einfach auf Fresse gehauen. Das ist blau. Okay. Okay. Ich renne einfach mal hier so lang. Ich weiß gerade nicht, wer da ist, aber... Ja. So. Okay. Geht er doch nicht hin? Ich hab auch gerade so... Du gehst da doch nicht hin, lieber. Oh, ja, warte mal. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass jemand zu uns gerade läuft. Ich hoffe nicht, dass ich gleich das höre, dass unser Bett da stört ist. Nee, nee, bei uns hier. Wir sind alle zu Hause in der Base. Ach, ihr seid alle zu Hause, okay. Na dann. Oh, jetzt ist hier wieder einer mit Pfeil und Bogen, ey. Das kann eigentlich gerade nicht gut gehen, was ich mache. Ja. Einer deiner Traps wurde ausgelöst. Hm, okay, das war klar. Egal. Jetzt campen sie da hinten, ey. Warten da. Aber warum wurde eine Base von uns ausgelöst? Keine Ahnung. Okay, das ist gelb, das ist kein Problem. Früher war es auch so, da konntest du dein eigenes Bett zerstören. Da waren immer welche Leute, die getrollt haben und das Bett zerstört haben. Mann, nein. Boah, wie ätzend. Aber richtig ätzend dann, ey. Ja. Ich muss jetzt mal warten, ich brauche hier Pfeil und Bogen jetzt. Da ist rein, tot. Hä, ist da oben einer drauf, ein Unsichtbarer von uns? Nee, ja, von uns, glaube ich. Ja, weil ich kann den gar nicht sehen, weil da oben auf dem Gestell, da baut jemand ab. Was, wo? Hier, auf dem Gestell über uns. Wenn ich hier geradeaus, guck mal hinter dir. Das, was in der Luft hängt. Da oben, da hat gerade jemand Blöcke abgebaut, da drauf. Vielleicht von unten. Ich glaube eigentlich nicht, aber... Also, Jewcraft HD vielleicht. Aber ich laufe jetzt erstmal wieder Kamikaze-mäßig wieder aus dem Base Zoo. Ich auch. Ich habe Pfeil und Bogen dabei. War gut, das ist gut so. Hier, Rot ist wieder in der Mitte. Oh, nee, nee. Freundchen, Freundchen. So nicht. Ja, gib ihm, gib ihm. So. Die Mitte gehört uns wieder. Ja. So ein bisschen campen hier jetzt, ne? Ja, grün campen die ganze Zeit, ne? Die bleiben die ganze Zeit bei sich. Die machen auch nichts mehr. Aber das Bett ist doch kaputt, ne? Ja, deswegen ja. Ach so, die wollen jetzt möglichst lange... Ach, die campen da hinten auf ihrer Insel, ne? Aber ist natürlich jetzt schwer. Wenn wir die angreifen... Du kannst, hast du einen Bogen, dann kannst du dir einfach da weg snipen.